Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wie ihr seht, ich stehe am Bahnhof. Ich fahre jetzt nämlich gleich nach Wien zu meinem Friseur. Und ja, da habe ich noch nicht viel gemacht, außer zwei Vlogs geschnitten und ja, bin ich dann mal dazu gekommen, mich fertig zu machen. Aber macht nichts. Ich mache das dann nachher im Zug. Hoffentlich kann ich das, schaffe ich das. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss auf jeden Fall einen Ansatz färben, der ist total, ich habe schon so weiße Haare, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und, ähm, okay, geht hier ein bisschen weiter weg. Auf jeden Fall, ähm, muss ich sagen. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich auch ein bisschen schneiden soll oder die Länge lasten soll, I don't know. Werden wir dann dort entscheiden. Ja, bin gespannt. Ich bin hier und offen. Musik 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 Das war's für heute. 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 Ich weiß nicht mehr, ob ich das erzählt habe. Aber ich habe mir heute eine Blogging-Kamera eingepackt, die kleine. Und als ich dann filmen wollte, habe ich gesehen, dass meine Steakante voll ist. Und ich wusste nicht, ob das wichtiges Material ist, was da drauf ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, filmst halt mit dem Handy. Ja. Und dementsprechend ist aber jetzt leer gegangen. Und dann habe ich vergessen. I'm so sorry. Aber ich wurde abgeholt vom Bahnhof. Ich bin da nicht hängen geblieben für immer und ewig. Nein, Gott sei Dank. Und ja. Baba findet die Haare schön. Er mag halt nur keine Locken. Das sagt er immer. Ich mag keine Locken. Aber das ist okay. Ich mag jetzt auch nicht unbedingt Locken. Aber so kurz nach dem Friseur habe ich schon gerne, wenn sie Locken machen. Weil, also so Wave, so wie man das heißt. Weil schaut das halt irgendwie noch schöner aus. Aber sonst mag ich natürlich die Haare so in dem Stil, wie ich sie stylen kann. Föhnen und glätten. Und vielleicht so ein bisschen ausgeföhnt. Aber das war's. Ja, mein Lieber. Ich wollte mich eigentlich mal vom Vlog verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und es hat euch entertaint. Ich werde euch natürlich die Kontaktdaten von meinem Friseursvertrauens unten in die Infobox reingeben. Alle dort sind richtig gute Friseure. Wirklich. Aber wenn ihr zum Marvin wollt, dann sagt das einfach bei der Anmeldung. Beim Terminausfragen. Alter schön. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Das war's. Bis dann. Tim. Das war's.